Hallöchen Leute und willkommen zurück zur DTM heute auf dem Lausitzring und wir werden hoffentlich von Startplatz 16 aus ein ganz gutes Rennen absolvieren und uns ein bisschen nach vorne kämpfen, denn das Qualifying, das lief ganz okay dafür, dass ich die Strecke heute zum ersten Mal fahre bzw. beim Qualifying zum ersten Mal gefahren bin. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich auf ein gutes Rennen mit Punkten im Idealfall. Ja, Punkte, das sind das Mindestziel und wer weiß, vielleicht geht es ja ausreichend nach vorne. Allerdings schauen wir erstmal ganz kurz auf die WM-Tabelle. Ganz vorne in der WM haben wir uns platziert mit 50 Punkten vor Viertoris mit 47 Punkten, dahinter Marco Wittmann, 41 Punkte für den ersten BMW-Fahrer, dahinter Bruno Spengler, Mike Rockenfeller, beide mit 33 Pünktchen und auf dem sechsten Platz August zu Fahrfuß mit 30 Punkten und in der Herstellerwertung, da ist BMW ganz vorne mit 120 Pünktchen, 9 Punkte vor Audi und Mercedes weit abgeschlagen mit 72 Punkten auf Platz 3. Und wir schauen natürlich auch nochmal auf die Startaufstellung. Da haben wir ganz vorne Wittmann vor Ekström, Rockenfeller vor Werlein, dahinter dann Viertoris vor August zu Fahrfuß, Spengler vor Werner, Roberto Meri vor Albuquerque, die beiden vervollständigen die Top 10, da wollen wir hinkommen. Dann Tom B. vor Robert Wickens, Andi Prio vor Molina, Timo Scheider und dann dieser coole David Cage. Timo Glock startet vor Martin Tomczyk, Jamie Green vor Junker Dea und ganz hinten haben wir Joey Hand und Gary Peffett. Und damit würde ich sagen, legen wir los auf ein gutes Rennen, auf vielleicht die ersten Punkte, die ich auf dem Lausitzring bekommen werde. Let's go! Jawohl! Ich glaube, das ist der erste Start, bei dem ich auch Positionen gut mache. Lief ziemlich gut. Boah, ich muss aufpassen. Hinter mir Molina. Der klebt mir echt am Heck. Aber ohne grobe Kollisionen hier. Oh mein Gott, warum fahren manche so weit innen an? Direkt auch nach hinten geschaut, denn wenn die KI innen ist, dann lässt sie einem eigentlich für gewöhnlich nicht unbedingt Platz außen. Ja, genau so. Aber ich glaube, hier hat er mich sogar von hinten angestoßen. Kann sich Molina mal bitte beruhigen? Mensch, wir fahren zumindest für denselben Hersteller. Boah, der hat echt gute Topspeed. Der hat weniger Flügel als ich. Nein, in dem Fall war Angriff definitiv die beste Verteidigung gegen Molina. Ein schwerer Auto macht sich schon bemerkbar. Okay, direkt mal das DRS nutzen. Okay, ich bin jetzt mal gespannt drauf, ob ich DRS in der letzten Kurve nutzen kann. Boah, außenrum vorbei. Gegen Scheider. Unfassbar. Wie hammermäßig ist das denn bitte? Jetzt öffnet er das DRS, ich öffne es auch. Und er ist nicht schneller als wir. Jetzt muss ich rankommen an Prio. Der hat definitiv Priorität. Okay, auf geht's. Boah, wenn man richtig vorsichtig ist, dann klappt das richtig gut. 1,26 ist die Bestzeit. 1,21,6 bin ich gefahren. Und Prio bremst da super weit innen an. Was ist denn da los? Lässt uns hier quasi vorbei. 7 Zehntel Sekunden im Delta. Wenn wir weiter so machen, dann wären wir hier nah dran an der absoluten Bestzeit. Nach einer fliegenden Runde wohl bemerkt. Ich finde es immer noch komisch, dass die so weit innen bremsen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, gut. Hat halbwegs funktioniert. Auch wenn mich der BMW hinten nochmal fast überholt hätte. Ich glaube, beim Start hatte ich 118 Liter dabei. Da gucken wir mal, wie das nach drei Runden aussieht. Vielleicht ändert sich der Spritverbrauch mit mehr Benzin. Oh, die beiden Mercedes. Meri und Wiccans kriegen sich in die Haare. 1,24, da komme ich, glaube ich, nicht mehr ganz an die Bestzeit ran. Auch nicht mit Windschatten und DS. Und Wiccans versucht es innen, ich versuche es außen. Und wir sind vorbei an beiden. Doppelüberholmanöver. Hammergeil. Wir sind schon auf Platz 11. Was ist denn jetzt los? Warum sind wir plötzlich an den Punkterängen dran? Ich glaube, in dieser lang gezogenen Rechtskurve, da ist die KI superschnell. Also gefühlt kommen die da ran und ziehen weg wie sonst was. Ein Glück, dass wir uns auf der Geraden hier ganz gut behaupten können. Trotzdem, Meri findet den Anschluss. Wiccans hat eine weitere Position verloren gegen Prio. Macht die KI das eigentlich auch mit dem DRS? Öffnet die das auch so früh? Ich achte jetzt mal... Gott, wer könnte jetzt DRS haben? Ja gut, ich achte mal drauf. Extrem 1,20,2. Okay, gut, da komme ich definitiv nicht dran im Moment. Boah, vier Zehntel, fünf Zehntel in der ersten Kurve. Hammer. Leider kein DRS, sonst könnten wir direkt an Tom B. rankommen und vielleicht sogar vorbeikommen. Sechs Zehntel Sekunden. Also man merkt, wenn ich Leute vor mir habe, die ich überholen möchte, dann passt es mit der Pace plötzlich. Tut mir leid, mate. Bisschen Bump Drafting. Ich hab gedacht, du brauchst ein bisschen Hilfe bei Braus beschleunigen. Das merke ich auch in der Formel 1 immer wieder. Sobald es da etwas zu überholen gibt, beiß ich mich dran fest. 0,6 Sekunden im Delta. Ohne DRS wird das ein bisschen vermindert werden. Ein bisschen stark vermindert werden. 1,20,2 von Fahrfuß und ich fahre die schnellste Rennrunde. Trotzdem, das ist am Ende auf drei Zehntel Sekunden runtergeschmolzen. Das... Oha. Gott, ich habe den Scheitel überhaupt nicht gesehen. Okay, schöner Kurvenausgang hier. Ja, da kann man sogar relativ gut über den Curb fahren. Immer positiv sehen. Am Anfang der Runde habe ich etwa eine Sekunde verloren, aber jetzt holen wir gerade sehr gut auf. Und die schnellste Runde von uns, die kam sogar ohne DRS. Boah, und jetzt sind wir nur noch bei einer halben Sekunde im Delta. Hammer. Also dafür, dass es mein erster Tag auf dieser Strecke ist, finde ich schon ganz geil, dass ich auf 110 KI doch so gut mithalten kann. So, jetzt muss ich mal drauf achten. Tom Bay hat doch sicher auch DRS. Jetzt hat er es, glaube ich, erst geöffnet. Oh, wir Tores unterbietet direkt die beste Runde von uns. Kurz berührt, da wollte ich zu schnell rüberziehen. Ist aber nochmal gut gegangen. Und der nächste Fahrer heißt Albuquerque. Drei Audis hier auf den Plätzen 9 bis 11. Einer von den dreien wird wahrscheinlich ohne Punkte aus diesem Rennen herausgehen, aber das Rennen ist noch lang. Warten wir mal ab. Eventuell kommt ja auch Dirk Werner in die Problemzone hier. Oh, da habe ich vergessen. Oh mein Gott, hier mache ich es lieber nicht. Da hatte ich vergessen, das DRS zu öffnen. Auf der zweiten Geraden. Oh mein Gott. Komm schon, kriegen wir das DRS von Albuquerque? Zeitenanzeige spinnt so ein bisschen, aber ich glaube, ja. Ah, wo öffnet die KI denn bitte das DRS, wenn nicht hier... Also hier öffne ich es definitiv auch. Boah, das könnte eine neue persönliche Bestzeit werden. Ich bin so spät auf der Bremse. Das gibt es doch nicht. Ich glaube, hier sieht man es wieder ganz gut. 1,19,9 von Extröm, aber was ich meinte ist, Albuquerque, der hat das DRS sehr spät erst geöffnet. Oh, sorry, mate. Oh Gott. Hä? Wie hat der denn die Kurve noch erwischt? Der hätte einfach in die Wand übersteuern müssen. Naja. Bin ich froh, dass mein Fehler nicht zu Schlimmeren geführt hat. Und dass die KI ein bisschen mit der Physik rumtrickst, das wissen wir. Aber das sind so'n krassen einen Quersteher noch abfahren können. Oh, Tom Bay ist dran. Albuquerque hat immer noch DRS, aber jetzt in dieser Runde wahrscheinlich nicht mehr. Außenrum easy vorbeigezogen. Oh Mann, ey. Hau mir doch nicht voll auf den Po, ey. Da unten ist er wieder vorbei. Nee, nee, mein Lieber, du wirst mich hier nicht abdrängen. Ja, klar. Er kommt ja sogar teilweise noch aufs Kies und ist trotzdem schneller als ich. Oh, ich hab sogar DRS. Oh Gott, ich hab das ja voll... Alter, was ist denn mit dir? Los! Braucht definitiv mal eine Aggressionsbewältigung, der Kerl. Und hier lässt er jetzt meterweit Platz oder was? Ist doch sicher nur eine Falle. Ey, ihr beiden geht mir grad so auf die Eier. Sorry, Mates. So, ich bin mal weg. Na, ich bin mal weg. So, ich bin mal weg. Und ich verteidige halt genauso hart wie ihr, meine Lieben. Zur Not fahre ich euch einfach in die Wand. Mann, der fährt mir jetzt zum dritten Mal ins Auto. Was ist mit dir los? Kannst du keine Abstände einschätzen? Brauchst eine Brille. So, komm schon jetzt den ersten Sektor mal gut hinbekommen und dann bin ich weg. Und just jetzt melden sich die Reifen und sagen, wir wollen nicht mehr. So, komm schon. So, komm schon. Ey, sorry, aber der Kerl ist doch echt so bekloppt. Ich glaube, wir waren bei 4,2 Liter. Oh Gott, das war schlecht. Da habe ich viel zu spät rausbescheunigt. 4,2 Liter Spritverbrauch pro Runde hatten wir. Albuquerque greift mich an, wir hatten gerade gelb. Also, überhol mich nicht und halt vor mir an. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind so komische Typen. Okay, ganz kurz, ich muss bei Runde 17 mal hochrechnen. Und da brauche ich noch exakt 84 Liter Sprit im Tank. Ich habe die Voreinstellung ja nicht gemacht. Ja, die ist noch bei 59 Litern. Na, jetzt habe ich das DRS noch nicht geöffnet. Ich habe die Voreinstellung ja nicht geöffnet. Ja, das Blöde ist ja, wir wären schon richtig gut dran an dieser ganzen Gruppe vor uns. Wenn die beiden ein bisschen ruhiger gefahren wären, ja. Aber wir schließen auch so zu Werner und Co. auf. Ja, das war jetzt. Ja, das war jetzt. Ja, das war jetzt. Rundhunde 160 Litern wäre ich safe. Ich werde auf jeden Fall nochmal genauer nachrechnen für die Benzinmenge. Ich komme immerhin an meine persönlichen Bestzeiten wieder ran. Jawohl, die beiden fahren sich gegenseitig in die Kiste. Ich habe überhaupt nichts mehr gesehen. Alter Schwede, ey. Also dieses Rennen ist auf jeden Fall mega krass. Ich weiß nicht, ob ich es auf einer Stufe stellen würde mit Brandsage Indie. Was so die Anstrengung angeht, wahrscheinlich eher nicht. Aber was die Zweikämpfe angeht, Halleluja. Das war's für mich. Okay, 16 Runden sind wir gleich gefahren. Ja, auch das kann man eigentlich ganz gut hochrechnen. Das sind dann... Oh, die ersten kommen an die Box. Ja gut, ich rechne es nach 17 Runden. Dann brauchen wir einfach nur auf 84 Liter hochzurechnen. Alter, wie schnell sind wir denn hier bitte? Aus dem Weg! Jetzt ramme ich den auch mal, Albuquerque. Ja, eigentlich hätte Tom Bair eher meinen Zorn verdient, glaube ich. Aber egal. Für beide gilt Karma. Ah, ich bin nicht ganz auf den DS-Knopf gekommen. Jo, also jetzt mal im Ernst. Der hätte mich fast abgeschossen. Ja, ich glaube, da muss man bei Audi ein ernstes Wörtchen mit den beiden reden. Das geht auf jeden Fall so nicht. So geht es nicht weiter. So, 84 Liter Sprit brauchen wir insgesamt. Also 35 Liter werde ich hier nochmal nachtanken müssen. Und Prio hinter uns. Immerhin keiner von den beiden kurvischen Typen, die uns die ganze Zeit hin und her knallen. Also wären wir ein Dingens. Oh nein, ich muss gleich gucken, wie ich die Spritmenge hier anpassen kann. Oh nein, ich muss gleich gucken. Ja, ich sag mal 35 Liter. Das passt schon irgendwie. Gott, Gary Pevitt ist überrundet. Oh, aber der lässt mich vorbei. Und rammt mich. Nice. Gut gemacht, Gary. Sama. Gut gedacht. Nichts. Gut gemacht. Nichts. Okay, ab an die Box. Ja, wobei, wir haben die Hälfte der Renndistanz. Vielleicht fahre ich noch eine Runde. So, sicherheitshalber nochmal einen Liter erhöhen, nicht reduzieren. Ja, zum Ende des Rennens hin möchte ich auf jeden Fall die frischen Reifen haben. Die frischeren Reifen als viele andere. 20 Runden klingt da, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir die Reifen dann in den Müll werfen wollen. Die nächsten werden mit Sicherheit 17 Runden durchhalten können. 20 Runden durchhalten können. 20 Runden durchhalten können. Oh, und da hat einer versemmelt. Bruno Spengler zeigt, man muss extrem vorsichtig sein. Bei der Boxeneinfahrt. Und damit haben wir Bruno Spengler gekriegt. Abkürzen? Was? Was ist denn los? Okay, ab geht's. So, es sind noch 17 Runden. Das heißt, wir müssten 42 Liter Sprit dabei haben, plus rund 30 Liter. Boah, Fahrfuß. Der fährt mir voll in die Kiste. Also, Mann, Mann, Mann. Die Leute hier. Einfach nur verrückt. Rockenfäller ganz vorne vor Extrem. Ich glaube, Green muss nochmal an die Box fahren. Und wir kommen hier mitten in die vordere Gruppe. In der vorderen Gruppe wieder raus. Indem wir unsere Boxenstopp-Strategie ein wenig umlegen. Timo Scheider führt das Rennen im Moment an. Der wird auch an die Box fahren. Am Anfang mit dem vollen Tank losfahren, aber dafür dann später mit etwas kürzeren Stopp haben. Das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt. Und die Frage ist, ob ich, äh, ja, mit wenig Sprit startend vielleicht sogar, nicht vielleicht sogar ein bisschen schneller wäre. Klar, für den Anfang des Rennens wird es einem definitiv weiterhelfen, aber du musst halt länger an der Box stehen. Was hat man da lieber? Sag mal, wenn man zwei Audi-Kollegen hat wie ich, dann würde man da doch vielleicht schnell nach vorne kommen wollen, statt bei den beiden rumzuhängen. Oh, es fühlt sich super an, auf frischen Reifen zu fahren. Jawohl, voll verbremst. Trotzdem nur vier Zehntel langsamer als die persönliche Bestzeit bislang. Ja, die Reifen sind auch noch so zwei, drei Runden frischer als die von vielen anderen hier. Ja, die Runde war leider überhaupt nicht gut. Alter! Fährt mir nochmal voll hinten drauf. Ja, Warnung wegen Abkürzens, aber da kann ich nicht viel machen, wenn ich beim Anbremsen oder kurz vorm Anbremsen nochmal einen Schub von hinten bekomme. Ich muss ja schon sagen, das Spiel macht Laune. Das ist eine sehr geile Rennserie und die gesamte Umsetzung mit der Fahrphysik und so ist sehr cool, aber die KI ist ultimativ ausbaufähig. Ja, die hätte mich in so vielen Situationen heute einfach in mega frustigen DNF schicken können. Oh Mann. Warum versämmel ich die Kurve denn bitte? Trotzdem kommen wir, glaube ich, näher ran an Fahrfuß. Im Moment Audi auf eins und zwei. Vielleicht können wir dafür sorgen, dass Audi in den Top dreien vertreten ist und zwar exklusiv. BMW und Mercedes aus den Top drei rauskicken. Das wäre doch mal was. Extrem und Rockenfälle, die wollen natürlich beide nochmal den Sieg holen. Ich bin aber richtig irritiert, dass der Hockenheimring nicht eins meiner besten Rennen ist. Dass ich sogar auf dem Lausitzring sehr viel besser unterwegs bin als auf dem Hockenheimring, ist echt krass. Jawohl, anderthalb Zehntel im Delta. Auf geht's. Neue persönliche Bestzeit incoming. Die beiden da vorne, die kämpfen und dadurch kommt natürlich Augusto Fahrfuß näher ran. Boah, sechs Zehntel Sekunden schneller in der persönlichen Addition. Kein DRS, trotzdem. Eine persönliche Bestzeit, die sich sehen lassen kann. Und zwar komplett ohne DRS. Jetzt sind wir wieder bei etwa zwei Zehntel Sekunden im Delta. Und Vietor ist schon aus dem DRS-Fenster raus. Und es wird ein Vierkampf um den Sieg. Drei Audi und ein BMW. Und das Ding ist, das Rennen geht noch 13 Runden. Das heißt, dieser Zweikampf, nee, der Vierkampf, sorry, der wird noch über 13 Runden hinweg andauern. Alles andere würde mich stark überraschen. Hecht? Hm? Und Wittmann vorbei an wir Tores und Wittmann kommt näher ran an die Gruppe hier. Das könnte nochmal spannend werden. Ein zweiter BMW könnte sich hier anschließen. Ja, vielleicht ziehe ich den Schwierigkeitsgrad sogar noch ein bisschen an. Wobei ich glaube, dass dann das Qualifying relativ obsolet wäre, weil... Ja, im Renntrim halten wir gut mit mit den Leuten. Im Qualifying-Trim, da sind wir super weit hinterher. Ein bisschen was hat auf jeden Fall mit der Übung zu tun, zumindest hier in Lausitz. Das kann nicht auf jeder Strecke auf Übung zurückzuführen sein. Nur in Spielberg waren wir im Qualifying wirklich so schnell, wie wir auch später im Rennen waren. Und selbst da, ich glaube, wenn ich da keine Fehler gemacht hätte, da wäre ich auch im Renntrim sehr viel besser unterwegs gewesen als im Qualifying. Wenn man das mit der KI vergleicht. Alter! Mann! Du kannst ja doch nicht einfach bei 200 kmh in die Kiste fahren. Was ist mit dem los? Nimm mal deinen Fahrfuß runter und... Beruhig dich mal. So, und ihr beiden vor mir... Fahrt mal ein bisschen ruhiger und lasst uns hier schön... Drei Podiumsplätze für Audi nach Hause holen. Wobei nach der Aktion heute... Ne, 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 da glaube ich... Wird es fast schon einen Teamwechsel für 2014 geben. Gut, hatte ich sowieso vor, damit wir mal jeden Hersteller durchnehmen, aber... Das könnte man ja so storymäßig als einen der Gründe nennen. Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, die beiden kämpfen aber auch richtig hart gegeneinander. Und Wittmann überholt gleich Fahrfuß. Wittmann mit einem leichteren Auto scheinbar doch besser unterwegs als sein Teamkollege. Und vor uns Extrem und Rockenfeller, die immer noch gegeneinander kämpfen. Extrem aktuell vorne. In der letzten Kurve schon das DRS öffnen. Und Extrem hat das DRS, stimmt. Rockenfeller ohne DRS und jetzt haben wir die Chance den zweiten Platz zu holen. Musste ich beim Kurvenausgang mehrmals korrigieren und ich glaube auch Rockenfeller war da ein bisschen irritiert davon. Oh, ich hab DRS, stimmt. Ja, jetzt hat Extrem kein DRS mehr. Das ist natürlich die hervorragendste Ausgangsposition, die man sich vorstellen kann. Extrem überholt Rockenfeller. Rockenfeller hat kein DRS. Wir schon. Dadurch automatisch Platz zwei gesichert und jetzt hat Extrem kein DRS. Kann sich hier nicht so wirklich verteidigen. Zumindest wird es schwer, über eine lange Renndistanz hier nochmal vorne zu bleiben. Wir müssen alles dran setzen, hier nochmal nach vorne zu kommen. Und wir könnten auf dem Lausitzring tatsächlich auch nochmal einen Rennsieg feiern. Und ich werfe es weg. Ich werfe es weg. Extrem noch auf zwei. Na, immerhin. Ja, das könnte auch eine mögliche Storyline sein. Dass der Audi-Pilot, der in jedem Rennen doch irgendwie eine Kollision hatte, die etwas schwerer war. Außer in Brands Hedge, glaube ich. Einfach gefeuert wurde nach der Saison. Damit haben wir Wittmann auf der 3. Extrem führt das Rennen wieder an. Aber Wittmann unmittelbar hinter den beiden. Und jetzt vorbei schon an Rockenfeller. Und jetzt vorbei schon an Rockenfeller. Aber hier, Tores Auto liegt sehr unruhig auf der Straße. Da fahre ich ihm auch nochmal hinten drauf. So, langsam lässt die Konzentration halt nach. Naja, trotzdem vor allem die Reaktion gegen Extrem. Nicht cool. Oh, Mann. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wittmann kämpft jetzt um den Sieg mit. War nur nur Zehntel etwa entfernt von Extrem. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Fehlerdichte ist auf jeden Fall recht hoch, aber durch die ganzen Kämpfe hier vorne, da kommen wir nochmal ran. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ab geht's. Extrem auf der 2, das heißt Wittmann führt das Rennen im Moment an. Rockenfeller versucht da, glaube ich, an Extrem vorbeizukommen. Rockenfeller Extrem führt das Rennen gerade wieder an. Oh Mann, das wird echt eine spannende finale Phase hier. Von Platz 1 bis 6 ist alles möglich, sogar für uns. Rockenfeller Rockenfeller Rennen im Moment an der 1 bis 6 ist alles möglich, sogar für uns. Rockenfeller 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 Es hätten heute heute weitere 25 Punkte sein können, aber ich hab's mir selbst verbaut. Fehlerdichte zum Ende hin, ja, nach der Kollision mit Extrem, da war so ein bisschen, ich sag mal, ein leicht schlechtes Gefühl, was sich so ein bisschen breit gemacht hat. Rockenfeller 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 Rockenfell Rockenfeller ... Musik ... Und Rockenfeller gewinnt das Rennen noch vor Wittmann. Anderthalbzehntel-Sekunden-Vorsprung. Dahinter dann Extrem und für uns springt der siebte Platz bei Raus. Ja, also definitiv nicht meine beste Vorstellung. Die reine Pace war herausragend gut. Dafür vor allem, dass es mein erstes Rennen auf dem Lausitzring war. Ich bin hier noch nie zuvor gefahren, muss ich leider gestehen. Denn das ist so eine der Rennstrecken, die es in viel zu wenigen Spielen gibt. Wobei, vielleicht bin ich mein DTM Race Driver oder so damals gefahren. Aber ich erinnere mich zumindest nicht, sie gefahren zu sein. In Gran Turismo gibt es sie nicht, in Forza gibt es sie nicht, in Assetto Corsa gibt es sie nicht. In Formel 1 natürlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Pace, die war eigentlich ziemlich gut. Aber was die Fehlerquote angeht, da ging es zum Ende hin doch sehr, sehr steil nach oben. Und das waren viel zu viele Fehler, die ich mir dann doch geleistet habe. Und insofern geht der siebte Platz da in Ordnung. Da kann ich schon fast von Glück reden, dass ich nicht noch viel weiter zurückgefallen bin. mit einem Verbremser. Wobei, da würde ich immer noch sagen, dass die KI fast schon zu früh bremst in der Kurve. Und da viel, viel Potenzial auslässt. Aber nichtsdestotrotz hinten drauf gefahren gegen Extrem. Dann noch zwei, drei weitere Schnitzer gehabt. Zweimal außen gegen die Wand gekommen oder gegen den Reifenstapel. Wenn es hier ins leichte Oval geht. Und ja, auch so einfach zu viele Fehler gemacht. Ganz vorne haben wir dann nach 37 Runden Mike Rockenfeller. Dahinter Marco Wittmann auf der 3. Matthias Ekström, leider nicht das 3er-Audi-Podium, was ich mir gewünscht hatte. Fahrfuß dann vor Viertoris. Werner vor meiner Wenigkeit. Ja, das wurde schon zu Genüge thematisiert. Dahinter dann Werlein, Wickens und Albuquerque. Auf der 11 Timo Scheider, sehr starkes Rennen für ihn. Auf der 12 Tom Bay vor Prio und Molina. Ja, die sind nicht mehr in die Punkte gekommen. Beide nicht. Ja, nee, Moment. Albuquerque schon. Stimmt. Albuquerque und Molina waren es, nicht Tom Bay. Nee, Albuquerque und Tom Bay waren es, nicht Molina. So rum. Auf 13 Prio dann Molina. Dahinter haben wir dann, ich glaube, na? Roberto Meri, Thibaut Glock, Tomczyk, Green, Junkadea, Hand, Paffet. Und Spengler mit einem DNF sogar. Aha. Stimmt, der war mir gar nicht aufgefallen in der Liste. Und der ist, glaube ich, von der Pole gestartet. Nee, der startet mit der Startnummer 1. Ja, Unsinn, Unsinn. Ja, Leute, das war das Rennen hier in Lausitz. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Ansonsten gebe ich jetzt über zu der Gesamtwertung. Ganz vorne in der Gesamtwertung. Marco Wittmann, ein Punkt vor Rockenfeller, zwei vor Vitoris, drei vor meiner Wenigkeit. Dahinter Fahrfuß und Ekström. Bruno Spengler heute mit einer Nullnummer, das hat sehr schwer gesessen. Der hätte in einer ähnlichen Region wie die Spitzenleute sitzen können. Werlein, Werner, Albuquerque, Tombey und Prio dann vor Wiccans, der erstmals in dieser Saison Punkte holt. Dahinter dann die ganzen Leute, die bislang noch ohne Punkte ausgegangen sind. Und es ist in der Herstellerwertung fast schon spannender als in der Fahrerwertung. Da haben wir nämlich ganz vorne mit 158 Punkten BMW und Audi punktgleich mit 88 Punkten weit abgeschlagen. Mercedes auf Platz 3. Und das war das Rennen auf dem Lausitzring. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wenn dem so ist, könnt ihr ja sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben dalassen. Ich denke, das war ein ziemlich spannendes Rennen. Trotz einiger Fehler oder vielleicht auch gerade deswegen. Und die WM bleibt weiter spannend. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Und wir sehen uns demnächst wieder dann bei der DTM, dann beim nächsten Lauf der Saison. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht zurückschlagen können. Dann aber nicht mit dem Fahrzeug gegen andere Fahrzeuge, sondern auf der Strecke mit der Pace. Macht's gut, bis demnächst.